Hallo Leute, es ist Frühling, das Wetter schön ins Korne und ich mache gerade einen Ausflug nach Simrisham. Hier ist mal wieder ein Hinweis auf die Fahrradstrecke, die noch auf meiner Liste steht, die schwedische Südküste. Das Touristenbüro ist leider zu, Schweden hat noch keine Reisesaison, aber ich finde mich hier in diesem kleinen Simrisham sicher auch ohne Karte zurecht. Ihr könnt sehen, wir sind hier ganz im Osten von Skorne. Üstad liegt da unten und die Region heißt Österlen. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 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 Um dann wählen wir gleich KNOW inch 수� alt und citize Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020